Hallo und herzlich Willkommen beim Video Adventskalender von Steffs Kleinkrämerei. Ich weiß, der Titel ist noch etwas lang, vielleicht fällt mir auch noch was kürzeres ein, mal schauen. Mit euch zusammen würde ich gerne in den nächsten 24 Tagen den Revell Adventskalender entdecken. Das heißt, wir werden jeden Tag zusammen ein Türchen öffnen, gucken was drin ist und es gegebenenfalls eben zusammenbauen, bemalen, mal gucken. Ich bin gespannt. So und das hier ist das gute Stück, also ein ziemlicher Klopper und zum einen ist es natürlich das Geisterschiff. Das kenne ich noch aus meiner Jugend und das war auch damals schon Glow in the Dark, also es war zum ersten Mal eine fluoreszierende Farbe dabei und das Interessante ist dabei, es ist das Easy-Click-System. Das heißt, theoretisch muss man an diesem Modell nichts kleben. Wir werden sehen. So, des Weiteren enthalten sind ein paar Werkzeuge, ein paar Farben mit Pinsel, Dekalfolie, also Sticker und natürlich die Bauteile dazu. Ich weiß halt noch nicht, wie das zusammenpasst. Kein Bemalen, kein Kleben und dann sind Farben dabei. Ja, wir werden gucken. Ja, im zweiten Saal sehen wir uns morgen mit Türchen 1. Ciao, ciao.